Hallo zum neuen Video von TCH Support. Heute mal wieder eine Produktvorstellung von einem Produkt von getdigital.de. Heute das Video ist eigentlich für alle Alkoholsüchtigen, nein, nein, Quatsch natürlich nicht, aber es hat mit Alkohol zu tun. Und zwar sehen wir hier den Flaschenöffnerring. Dieser Flaschenöffnerring ist auf dem Online-Portal von getdigital.de für 9,90 Euro zu erhalten und gibt es in den Größen 19 mm, 21 mm, 23 mm und 25 mm. Um ihn zu verwenden, tut man ihn sich an den Daumen. Hier unten muss dann der Flaschenöffner dran sein. Dann geht man an die Flasche heran, setzt an und kann somit die Flasche ganz leicht öffnen. Wir finden dieses Produkt ein wirklich nettes Gimmick, vor allem zur Wiesnzeit. Und wir sind uns auch sicher, dass alle unsere Zuschauer, die sich diesen Riening vielleicht zulegen, das nur für Cola benutzen werden. Und ja, genau, wenn ihr den aber dauerhaft tragt, dann schaut das ein bisschen komisch aus. Genau, bis zum nächsten Video.